Willkommen zum achten und erstmal letzten Part von den Gigi Bogo, den weiß-schwarz-Kürten zum 30-jährigen Jubileum. Und wir gucken noch in die letzten Rüsterpacks gemeinsam rein. Ich mach das alles mal ein kleines bisschen schneller, weil wir viele Sachen jetzt ja sowieso schon öfters gesehen haben. Im letzten Unboxing habe ich schon zwei SRs rausgezogen, das heißt Specialware wird hier wahrscheinlich leider nichts mehr mit drin sein. Da war der Vorständigkeit selber. Gehen wir das jetzt noch komplett durch. Gut, die Läfte reicht. Dann werden wir noch ein paar Schuhe. So, So, Und das letzte Päckchen. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Schaut gerne mal bei den anderen Videos vorbei. Oder wenn ihr nicht weiß, was interessiert ist, unten in der Videobeschreibung eine Playlist. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.